Papa, was baust du da? Ähm, hier, das ist ein Diorama, mein Schatz. Was ist denn das? Ein Diorama? Wie kann ich das erklären? Stell dir vor eine ganz große Szene, wo ganz viel passiert und man nimmt einen kleinen Ausschnitt davon, in diesem Fall hier ein paar kaputte Häuser, und stellt es als kleines Modell dar. Ah, ich dachte, das hat was mit einem Drama zu tun. Ein Drama? Nee, nee, ein Drama ist so ein Schauspiel, in dem so ein tragischer Vorgang dargestellt wird oder so. Also das, wo du kochst. Tag, ich grüße euch. Ja, wie der ein oder andere vielleicht bemerkt, ist Schloss Neuschwanstein nicht mehr hier, was unter anderem bedeuten kann, dass ich es fertig gebaut habe. Äh, nein, ich habe es einfach nur weggeräumt, denn wir brauchen Platz, wir brauchen viel Platz. Und zwar, Sekunde. Äh, keine Sorge bringen, Meister ist jetzt nicht im Klemmbaustein, die Chefs einig die, nein, ich muss da einfach nur eine Tüte finden, wo die ganzen losen Tüten reinmachen muss. Ähm, ich habe diese Z-Läge in China bestellt, bei Yuwop, weil ich bestimmt schon drei, vier Monate her, das kam gerade frisch raus. Hier, Baba-Wasser-Projekt von Pagou. Äh, das Z-Nummer ist die 12.06 und ich dachte, du baust da auf. Ja, habe gedacht. Habe immer nicht gemacht, weil, dann kamen andere Sachen dazwischen, dann wurde ich mit diesem Schloss Neuschwanstein belästigt, naja, ich weiß, ich sollte es bauen und dann andere Sachen, außerdem wollte meine Frau unbedingt, also was heißt, wollte unbedingt, wir haben zu sagen, wenn wir jetzt ist, dann fängt man an, dann knistert sie doll, dann schaut mal weiter, dann wollte sie unbedingt komplett ausgehen, naja, jetzt haben wir jetzt alle acht Staffeln durch und wie gesagt, das ist immer noch das unbefriedigende Ende, wie vor ein paar Jahren. So, das nehme ich keine Zeit, aber jetzt setze ich mich doch an, weil ich, ich will ja, aber ich muss jetzt auch, ich habe jetzt ein bisschen anspornen, weil nämlich die Jungs vom Bausteinreich wollen diese Z-Z haben als Bestandteil eines Dioramas, was sie da aufbauen mit jemand anders und da brauchen sie halt das Baba-Wasser-Projekt von Pagou. Ich habe mal so munkeln hören, dass Pagou Happy Build, diese Z bei einigen anderen rauskommen sollte, wie die genau zusammenhängen, weiß ich nicht, ich habe noch nie von Pagou gebaut, machen wir jetzt, gibt wohl aus dieser Kriegs-Diorama-Serie noch so ein Kampf um Moskau, da steckt zum Flugzeug im Haus, kommt euch vielleicht bekannt vor, Blue Bricks hat auch so ein Set, dann gibt es hier noch einmal so, irgendeine Landung, ich tippe mal Landung in der Normandie, ja, die Sets gibt es noch und ich habe aber die hier, genau, 12.07 und die 12.08, oh, es gibt sogar noch die 12.09, das sieht auch aus wie so ein Häuser-Kampf, vielleicht in Berlin oder sonst tabu, ja, unternehmen bei Barossa, wir haben hier so ein bisschen Diorama und es gibt drei Fahrzeuge dazu, ich tippe mal so ein, ich blende euch jetzt hier so ein Bild von diesem Deckblatt ein, damit ihr auch wisst, wovon ich rede, ich tippe mal auf dem Sonderkraft-Set, dann so ein KV1, KV2, belehrt mich gerne und ein Stück, ja, ein bisschen Häuser, ein bisschen Kämpfen, ja, ich habe mal eingeguckt, wir haben hier ein paar Aufkleber, jetzt nischt wildet, nischt aufregende, 10 Bauabschnitte und ansonsten, wie gesagt, ihr schlagt auf, Pangudi-Anleitung und dann geht's direkt los mit Barossa 1 los, BAM, BAM, insgesamt gibt's wohl 10er und dann, wie gesehen habe, gibt's hier, was doch nicht immer so, na, Standard ist bei den chinesischen, Klemmbausteinherstellern, verwurztern, die eine Teileliste, wird ziemlich cool, die fällt mir, sind interessante Farben dabei, ansonsten arbeiten die mit Ausgrauen, so wie ich geguckt habe, es wird in den letzten Bauabschnitten, werden die Fahrzeuge gebaut und dann sind wir fertig, also ich habe da ja gerade gesehen, es gibt wohl zwei Teile, der eine aussieht, der aus wie von Lego und der andere sieht aus wie von, ich weiß es nicht, wir schauen einfach mal an. Ja, wie gesagt, das Set kriegt ihr überall, er kriegt auch in Deutschland mit Karton, ja, der Karton, das kann ich nicht verraten, im Bauscheinreich stehen, beide Kartons, einmal Schilder, also Barbarossa und Moskau, die sehen genauso aus wie sie decken, und sind kein besonders hochwertigen Karton, da haben die auch ein bisschen gemeckert, weil die sehr zart und dünn sind, und halt die Set von oben bis unten, diese Kartons vollstopft sind hier, mit diesen wirklich massig Tüten, achso, ja, warum sind das so viele massig Tüten, 3650 Pieces plus, bei den Chinesen kann man nochmal so, plus minus 100 rechnen, die sind da sehr wild, sie sagen, 14 Ages musst du alt sein, dann kannst du zusammenbauen, tja, bin ich, ich habe Lust, ich werde zusammenbauen, ich hoffe, ich schaffte es in der vorliegenden Zeit, damit ihr ihr Diorama bauen könnt, aber ich werde es vorher noch vergleichen, mit dem Bluebecks Set, Kampf in Berlin oder Schlacht in Berlin, was ich auch noch oben habe, und was leider einstaubt, weil ich einfach keine so große Vitrine habe, gut, genug gesprochen, genug Quatsch, genug redet, wir fangen an mit Braubschnitt 1, ich würde sagen, da wir nicht so viel Zeit haben, nur kein Druck, nur kein Druck, Brücke vielleicht zwei Bohraubschnitte, dann schauen wir rein, dann kann ich euch mal über die Teilequalität sagen, so wie ich sehe, Brücke ist erst mal so langweilig die Grundplatte, jetzt muss ich das schwere Einstieg, halt, hier passiert ja gar nichts, hier passiert, da gibt es Maupfchen mit dieser langweiligen Grundplatte, na egal, wie sagt man hier, Klage nicht kämpfe, darum lege ich es los, Aufkleber kommen hier erstmal rein, vielleicht denke ich auch daran, vorher ein Bild zu machen, wie folgt sie aufkleben, um sie euch in die Kamera zu halten, hier habe ich auch meine Kaffeetasse, hier habe ich meine Teetasse, ich bin vorbereitet, ich habe Spaß, ich habe Lust, let's go, Bauabschnitt 1 und 2 stehen hier vor euch, und ich muss sagen, es wird groß, es wird sehr, sehr groß, Teilequalität ist fantastisch, wie gesagt, Bauabschnitt 1 und 2 ließen sich einmal frei bauen, Bauabschnitt 1 sind nur Plates, nur Plates, nichts anderes, kein Brick, gar nichts, nur Plates, vielleicht mal ein paar Wedgeplates, aber ansonsten haut ihr das hier zusammen, das heißt, immer schön Loppen zählen, ich habe mich zweimal verzählt, durfte ich wieder auseinandernehmen, ging aber auch wunderbar zusammen, ich sag mal so, wenn ihr den Moldking Hammer habt, könnt ihr ihn benutzen, aber wenn ihr auch eine gerade, ebene Fläche habt, dann könnt ihr die auch einfach zusammendrücken, und das funktioniert, und dann, Bauabschnitt 2 ist dann praktisch, fangt ihr an, die erste Fazale zu bauen, und hier haben wir auch schon die erste Tür, die so ein bisschen, ich sag mal, aus den Angeln fliegt, ich zeige euch das mal, ich drehe das mal kurz hier, weil, so wird diese Diorama vor uns stehen, hier ist praktisch die Häuserfront, die schon ein bisschen kaputt gekämpft ist, alle Teile waren da, ein Teil ist übrig geblieben, hier so ein Slope, das werde ich hier einfach mal dran stecken, ich habe geguckt, ich habe es nicht vergessen, falls es jetzt mit dem Licht ein bisschen komisch aussieht, ich musste meine Lampe tauschen, beziehungsweise meinen Strahler, meinen Spot, weil der, den ich habe, der hatte so eine Kühlung drin, und der hat jedes Mal beim Sound dieses drin gehabt, deswegen tausche ich jetzt erst mal die Lampe aus, und stehe jetzt hier gerade mit so einem Ringlicht, halte es in der Hand, stehe auf einem Bein, singe Tralala, und präsentiere euch das Set, also wenn es hier ein bisschen lichttechnisch wackelt, dann ist das gewollt, das ist praktisch ein Effekt, den ich hier eingebaut habe, ja ansonsten, ich sage mal Bauabschnitt 1 und 2, ich bin schwerst begeistert, freue mich jetzt aufs Weiterbauen, und ich denke mal, ich werde jetzt noch 3 und 4 bauen, das spielt sich alles hier hinten ab, wir bauen jetzt praktisch diese Gebäude hier weiter nach hinten, Moment, hier, da bauen wir jetzt weiter, und dann schalte ich wieder rein, und wir gucken uns mal an, und ich hoffe, dass der Bauspaß so weiter geht, Bauabschnitt 3, 4 und 5 sind fertig, und Pangu gönnt uns hier auch nur 2 Noppen Spieltiefe, Lego wird es ja auch immer weniger, und auch Pangu zieht bei diesem Trend mit, in jedem Gebäuden, beziehungsweise keine Spieltiefe mehr, ja, unmöglich, ich werde den Bau hier abbrechen, weil das kann nicht sein, ich bin enttäuscht, Spaß beiseite, Pangu wollte uns hier eine Fassade präsentieren, und das haben sie auch gemacht, die haben sie hier schön an den Rand geklatscht, die ist 3 Noppen tief, und sie macht genau das, was sie soll, sie sieht einfach ziemlich geil aus, in diesem Diorama, sie lässt sich auch sehr, sehr gut bauen, Bautechnik sind super, Teilequalität ist super, die baut sich wirklich 1A Knusperli weg, ihr braucht dafür den Bauabschnitt 3 und 4, dann baut ihr noch diesen Baum, der jetzt nicht der schönste ist, aber sich schön bauen lässt, also ihr baut hier ein paar Roundpricks, dann kommen die Blätter, wieder ein Roundprick, also ihr werdet an der Hand durchgeführt, und ihr könnt praktisch auch als nicht Botaniker, wunderbar hier einen Baum begrünen, das ist super, Bauabschnitt 5 ist dann hier nur noch der Vorplatz, oder die Straße, ihr arbeitet dann nur mit Fliesen und Plates, und dann wird aufgenoppt, und aufgenoppt, und aufgenoppt, das ist okay, das funktioniert, die Fliesen an sich sind im China typischen Schrammellook, also sind eigentlich hochglanz, sind aber nicht hochglanz, wir bauen hier ein zweites Weltkriegs-Diorama, hier fällt es nicht auf, stört nicht, also ich habe damit sowieso nie ein großes Problem, ich finde jetzt für diesen Preis auch vollkommen in Ordnung, dass manche Fliesen so auszinnig erwarten, da jetzt kein hochglanz, aber ich wollte es gesagt haben, für Leute, denen es wichtig ist, dass die Fliesen hier nicht perfekt sind, äh, gibt es sonst nur irgendwas zu sagen, äh, ich habe hier so nochmal zum Größenvergleich, so eine kleine hässliche Minifigur reingestellt, die ist von Lego, in so einem alternativen Set funktioniert, also es hat sich kein schwarzes Loch aufgetan, ich lebe noch, ich kann weiterbauen, ich merke gerade, ich habe hier nicht richtig zugedrückt, hier nochmal zugedrückt, ähm, ja, Bauabschnitt 1 bis 5 ist fertig, und ich muss sagen, bisher hatte ich großen Spaß, und ich, äh, ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich das hier 3, 4, 5 Monate liegen lassen habe, diese Z, weil es ist wirklich, äh, Spaß, und, wenn es so weitergeht, würde ich mir auch noch überlegen, diese, äh, die Fans of Moscow zu besorgen, das ist ja da, das habe ich nicht genommen, weil da jetzt ein Flugzeug im Dach steckt, das fange ich jetzt ein bisschen albern, aber wir gucken mal, auf jeden Fall ist es einfach groß, und ich glaube, ich würde fast sagen, dass es am Ende besser aussieht, als das von Berlin, das von Blue Ricks, Schlacht von Berlin, werde ich dann holen, und ich denke mal, ich werde beide auf den Tisch kriegen, können wir vergleichen, und dann könnt ihr im Nachgang mal sagen, äh, welchen ihr besser findet, also hier, bisher, Bauabschnitte 1 bis 5, erste Sahne, ich werde mich jetzt ransetzen, weiterbauen, ich denke mal, zwei Bauabschnitte, wir bauen jetzt hier vorne ein bisschen den Vorplatz, hier kommt noch so ein Gebäude hin, hier kommt noch so ein kleiner, äh, äh, Park hin, und die letzten drei Bauabschnitte, äh, sieh, nee, 8, 9 und 10 sind dann die Fahrzeuge, also, ich will euch nicht weiter, äh, 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 und, äh, ich baue jetzt weiter. Fertig sind die Bauschritte 6 und 7, wir bauen einmal das Gebäude hier, und wir beiden bauen hier diesen kleinen Vorplatz, mit Springbrunnen, kleinen Tor, Lampe, äh, ja, und hier hinten so eine Art Reste einer Mauer, und dieses etwas, ähm, sehr, oh, Moment, ist es fest, äh, überdimensionierte Maschinen, Kanonengewehr, der Raboomsding, also, äh, er wirkt schon echt mächtig, und sieht im Vergleich zu dem Rest hier auch ziemlich groß aus, wir werden nachher mal ein Panzer daneben stellen, also, das passt von den Proportionen nicht, ansonsten habe ich hier nochmal meine, äh, berühmte kleine hässliche Minifigur, die Ilona, wenn sie einfach die Ilona, wobei der Name Ilona nicht hässlich ist, nur sie, aber ich wollte jetzt einfach einen Namen geben, damit wir wissen, wer hier ist, äh, ja, äh, Teile waren wieder alle da, Bauanleitung war super, pff, ich kann nicht weiter negativ, berichten, wenn ich jetzt meckern würde, würde ich nochmal sagen, ja, in der Anleitung vielleicht, schwarz, dunkelbraun und blau, da muss man nochmal genau hingucken, aber das ist kein Problem, Brille aufgesetzt, Licht angemacht, dann jene durch, ähm, jetzt bauen wir, da haben wir mal die Anleitung, jetzt werden die drei Fahrzeuge nochmal gebaut, wir fangen hier unten mit dem Sonderkfz an, dann kommt das Stück, und zum Schluss bauen wir diesen russischen Gigantenpanzer, und dann sind wir auch schon fertig, ähm, nehmen wir mal das leidige Thema Krieg raus, äh, da fällt mir übrigens ein, wusstet ihr, dass der 8. Mai 1945 Dienstag war? Tja, war wohl eine kurze Arbeitswoche dann, ähm, ja, wenn wir diese Thema mal ausgrenzen, hier, die drei Panzer wegnehmen, und jetzt vielleicht auch noch diese riesige Schütze hier zur Seite nehmen, ist sie doch ein wunderbarer Diorama für Insights, wenn ihr zum Beispiel Last of Us nachspielen wollt, äh, wie heißt es hier, nicht Deathman Walking, sondern Walking Death, hier mit diesen komischen verrückten Zombies, geht wunderbar, oder einfach ein Stadtteil von Hoyerswerda nachstellen wollt, funktioniert hier wunderbar, äh, 1A, ähm, dann baut jetzt die Fahrzeuge, stellt hier hin, hab mir überlegt, werde dann hier noch irgendwo daneben, in einer riesigen Perspektive, das Berlin Diorama von Blue Bricks dazu packen, dann können wir das mal vergleichen vom Aussehen, Teile, Zahlung, Preis, ähm, ich hab mal ausgerechnet hier seit der Lube bei, bei 180 Euro, und, äh, Moment, wie viele, 3.650 Teile, 5 Cent, äh, und jetzt hier sind, äh, ich tippe mal, es sind GoBrix-Teile, ich werd hier mal sowas einblenden, vielleicht kann ja Skolder uns sagen, ob das GoBrix ist, ich vermute es fast, aber, wenn noch nicht, ist das eine hervorragende Steinequalität, also da würde ich sagen, 5 Cent lohnt sich auf jeden Fall, also Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist hier super, ups, jetzt bin ich mit meinem dicken Fuß hier gegen gekommen, äh, erdbeheben, äh, ja, Entschuldigung, ähm, ich baue jetzt weiter, und dann die 3 Fahrzeuge fertig, und dann sehen wir uns zum großen Fazit, äh, hab ich Bock drauf, achso, weil ich noch sagen wollte, warum müssen eigentlich immer alle Dächer blau sein, ich kenne ganz wenige Häuser mit blauen Dächer, ich kenne mich über so ein einfach ziegelrot gefreut, wäre schick gewesen, gut, ich baue weiter, das Pangu-Panorama hier, Barbarossa ist fertig, und es ist riesig und gewaltig, ähm, alle Teile waren da, es sind ein paar übrig geblieben, es ist nicht weltbewegend, ähm, ja, Spaß hat's gemacht, äh, in den Bauabschnitten 8, 9 und 10, baut er jeweils einmal dieses, Sonder-KVZ hier, was so ein bisschen gedrungen aussieht, hier vorne mit einem Geschütz, dann aller Wahrscheinlichkeit diesen, Stuk 3 hier, dieses Geschütz, und dann diesen riesigen russischen Panzer, ist das jetzt ein KV-1, oder ist das ein anderer Panzer, ich weiß es nicht, ähm, die Aufkleber am Panzer hier, am russischen Panzer, sowjetischen Panzer, damals sowjetischen Panzer, äh, hab ich ja angebracht, die gehen über mehrere Fliesen, aber ich dachte mir, gönnst du dir heute mal, machst die rauf, äh, dann gibt's noch Aufkleber hier, äh, an diesem Sonder-KVZ, das Balkenkreuz, und an diesem Panzer hier, auch ein kleines Balkenkreuz, und eine 0,2, äh, übrig geblieben ist noch ein Aufkleber, ich blende hier mal ein Foto ein, und ihr merkt schon, hä, closed, äh, keine Ahnung, also wir sind hier im Unternehmen Barbarossa, 22. Juni 1941 ging das los, äh, Russland erobern, äh, Sowjetunion damals Russland, Russland heute Sowjetunion damals, ähm, ich glaube nicht, dass die an ihren Geschäften englischsprachige, ähm, Offen- oder Zuschilder hatten, also gehe jetzt mal ans Fest auf, keine Ahnung, ob es jetzt im, äh, Leadlands hier, Akt oder Lens-Lied, äh, von 1941 jetzt auch, äh, Kaffees nach, in die Sowjetunion geliefert wurden, aber ich hab den Aufkleber mal nicht angemacht, wenn ihr jetzt sagt, passt auf, das war in, in russischen, äh, sowjetischen Städten damals, gang und gäbe, das in Englisch ranzuschreiben, dann mach ich den Aufkleber noch ran, ansonsten, ja, wenn wir jetzt, wie gesagt, diesen, boah, echt gewaltigen Panzer, dieses, gewaltige Sturmgeschütz, und den etwas gedrungenen, das gedrungene Sonderkraftz-Z-Entfernen, dann entfernen wir hier auch noch diese, überdimensionierte, riesige Peng-Peng-Kanone, also die finde ich wirklich nicht hübsch, ähm, dann bleibt hier so ein kleiner Straßenzug übrig, der ein bisschen kaputt aussieht, der auch, äh, für andere Sachen genutzt werden kann, ich, ja, ich weiß jetzt, diese, äh, etwas unförmige Maß hier, der Bodenplatte, die übrigens alle gebaut ist, passt jetzt vielleicht nicht in die typische Lego-Stadt, aber wenn irgendjemand so ein Apokalypse-Diorama hat, oder diesbezüglich irgendwas braucht, super, und ansonsten, wenn ihr in Deutschland kauft, einen Steinepreis von 5 Cent, für wirklich hochwertige Teile, 1A, ihr könnt hier natürlich auch, äh, äh, andere Fahrzeuge reinstellen, ich komme jetzt gerade nicht ran, zum Beispiel zivile Fahrzeuge, sehe ich da hinten, äh, aber komme ich jetzt nicht ran, und möchte euch jetzt nicht verlassen, äh, könnt ihr doch anders nutzen, ansonsten, kriegt ihr hier wirklich für das Geld, was die Boden, teile technisch, die Anleitung ist super, die Qualität der Bausteine ist super, ähm, die Fahrzeuge hier, die sind jetzt nicht schnell zusammengebaut, die habe ich wirklich auch ein bisschen Zeit investieren müssen, weil die sehr klein und filigran gebaut werden, die erinnern mich so an diese Fahrzeuge, die man noch kriegt bei, also Militärfahrzeuge, bei Rubrix, da, die hier diese, ich sag mal, normalen Steine, die zur Verfügung stehen, benutzen, nicht so wie Kobi, die jetzt ein paar Baulösungen über Sonderteile lösen, oder sich die Mühe machen, und darüber die herzustellen, extra dafür, hier wird alles nur mit Steinen, die ihr auch im normalen Fundus habt, äh, gebaut, also gelöst, und das ist, ähm, im Vergleich zu den Bluebricks Fahrzeugen, ist das hier stabil konstruiert, und die Teilequalität ist natürlich hier ganz andere, als die, die Bluebricks da benutzt, daher würde ich sagen, toll, fantastisch, äh, ja, ich werde jetzt noch das Berlin-Diorame, also Schlacht um Berlin holen, von Bluebricks, was wir mal vergleichen, äh, ich werde mir auch noch mal die Preise ranholen, und da mal den Teilepreis vergleichen, und dann einfach mal, vielleicht passt das ja auch super zusammen, zwei Dioramen, ich denke mal, da wird auch der Maßstab nicht ganz passen, so, ich schiebe das hier schon mal ein bisschen zur Seite, und, äh, hol mal Berlin runter, also, ich besorge euch jetzt mal Berlin, und, ähm, dann können wir das mal kurz vergleichen, also, bis gleich, da bin ich wieder zurück, mit Berlin, so, ich habe hier mal, äh, von Kobi, den, äh, 1 zu 48 Panzer mitgebracht, äh, Panzer 2 Ausführung A, ja, der wirkt ein bisschen fipsig, ja, der wirkt ein bisschen klein, und hier von Bluebricks mal zum Vergleich, ihr Special-Modell, den Brummbären, ja, der würde wahrscheinlich auch, wir tauschen mal kurz, das Sonder-Kfz von Pangu, stellen wir mal hier hin, und stellen wir mal hier den Brummbären hin, ich glaube, die Panzer sind zu groß für diese, ja, sind sie, die sehen etwas zu groß aus, passt nicht vom Maßstab, ähm, ich habe mal geguckt, hier seid ihr bei, 3,5 Cent, also ist, äh, Pangu teurer, hat aber die bessere Steinequalität, und ist größer, und kriegt drei Fahrzeuge, hier gibt es auch noch ein Fahrzeug dazu, diesen Jeep, den ich nicht geschafft habe zu bauen, der damals, äh, in meinen Händen zerbröselt ist, beziehungsweise, ich glaube, es waren die Achsen, die ich nicht zusammengekriegt habe, die Räder, es gibt einigen, die waren tapfer und haben sie schafft, ich habe diesen Armee Jeep nicht zusammengebaut, ähm, badabing, badabum, hier ist natürlich, äh, die Rückseite von Berlin, äh, ein bisschen detaillierter, hier hinten die Fassade, bräuch ich nicht umdrehen, da ist, ist nichts, ist Fassade, und hier haben wir bloß einen kaputten Tisch, ein kaputtes, äh, Regal, schuldige, wenn ich mich da erkältet, äh, eine alte Kiste, ein paar zerlegte, äh, Ampeln, sehr eigenartig, warum diese Ampel direkt am, also diese Ampel hier macht keinen Sinn, aber gut, äh, sie ist halt da, vielleicht ist sie auch durch die Explosion irgendwo hingeflogen und ist dann da liegen geblieben, wir werden es nie erfahren, ähm, badam, ich sage mal, Berlin ist ein bisschen detaillierter, dafür kommen die hier wuchtiger und größer hin, also ich, ich würde sagen, plus minus null beide, wenn ich es jetzt vergleiche, ich habe ja auch beide gebaut, also, das hier ist ein bisschen detaillierter und natürlich auch günstiger, dafür ist das hier ein bisschen wuchtiger und die Teilequalität eindeutig besser und schöner, ja, passen die jetzt, aber die passen, die passen vom Maßstab nicht, ne, hier sind die Laternen, wir können ja mal gucken, oh nein, bei weitem nicht, also wir nehmen hier mal so eine Berlin Laterne, zack, und hier so eine Pangu Laterne, passt nicht, vielleicht war einer, so wird hier nur noch einfach alles größer, wir wissen es nicht, die passen also jedenfalls vom Maßstab nicht ganz so gut zusammen, so, äh, äh, da kommt die Laterne wieder hin, so, wieder Strom und hier die Laterne wieder hin, ähm, das soll es doch schon gewesen sein, also, ich hatte Spaß, es war großartig, wie gesagt, ich weiß, ja, Weltkrieg, Pengpuff, tot, ihr fällt nicht jeden und ihr kriegt hier auch wirklich, ich würde mal sagen, drei vollwertige Militärfahrzeuge dazu, die jetzt vielleicht nicht ganz so historisch korrekt sind, wie manche Kobi-Modelle, also, soweit so ein Klemmbaustein-Modell historisch korrekt sein kann, aber es fetzt, das ist cool, das sieht judo aus und, äh, für Leute, die jetzt sich, äh, sowas bauen, also, ich würde ja gerne so, so, so ein Dioramen-Übersicht haben, aber ich habe leider keinen Platz und den hier habe ich gerade von oben geholt und den muss ich entstauben, weil der auf der Vitrine draufstand, weil der nirgendwo reinpasst, da wird der Riesenhirsch bei mir nirgendwo hinpassen, aber ist doch egal, der wandert heute noch per, äh, Autoboten, also mich im Bausteinreich und da wird es dann von jemandem Empfang genommen, der daraus den, Diorama-technischen Ausstellungsstück basteln wird und so wie ich seine anderen Sachen bisher kennengelernt habe, auf der Kreativschiene definitiv mehrere Meter vor mir, ja, das hat es vorgestellt, da gibt es auch noch, wie gesagt, ähm, Verteidifens auf Moskau mit diesem Flugzeug, ähm, was es ja auch von Bluebecks so ähnlich gibt und, äh, was war noch? Irgendeine Landungsszene, Moment, 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 bevor ich hier wieder Blödsinn erzähle, hier hinten ist es auch drauf, äh, äh, ach ja, Normandie, Landung Normandie mit Flugzeug, Berg, Bunker und Landungsboot und einem kleinen amerikanischen Panzer, das soll sie gewesen sein von mir an dieser Stelle, äh, macht's gut, wir sehen uns am Sonntag, aller Wahrscheinlichkeit, äh, mit der Expertin, die hat nämlich das, äh, Feuerwehr-Rettungsboot, die war jetzt krank und zu Hause und hatte Langeweile, hat sie gesagt, pass auf, hab ich zu ihr gesagt, pass auf, suchte ihr ein Set auf und sie suchte sich diese verrückte Singbau-Set, äh, Weihnachts, nicht Weihnachts, ähm, Feuerwehr-Rettungsboot aus, was uns der Konrad, der Baubär mal zugeschickt hat, kurz vor Weihnachten, hat sie jetzt aufgebaut, ich sag mal so, ne, Singbau, hat einige Überraschungen parat, ansonsten wartet, ich wünsche euch was, ähm, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.